Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir haben im letzten Part die X-Pomben erhalten und die helfen uns eigentlich ganz schön gut. Ich will jetzt auch endlich mal über diese blöden Blöcken hier rüberkommen. Ähm, ich muss da runter. Ach, das ist verschlossen. Oh, nee, oder? Wieso ist das denn jetzt verschlossen? Warum? Ich wollte hier alles erkunden jetzt. Ah, toll. Unser ganzer Plan wieder zunichte gemacht. Muss ich jetzt echt irgendwie... Nee, hier komme ich ja nicht durch. Es gibt hier nichts. Wow. Da ist verschlossen. Ich komme nicht zum linken Bereich. Außer hier rüber. Und um hier hinzukommen, müsste ich hier runterkommen. Komme ich aber nicht, weil das Ding da im Weg ist. Fantastisch. Die Dinger kriege ich ja nicht kaputt. Die sind ja nur quasi im Weg nach oben. Ah, das ist ja dumm. Ach, Mann, oh. Ist ja richtig dumm. Ah, mein schöner Plan. Ups. Ah, das ärgert mich. Schon ein bisschen nervig, dass wir immer nimmst durchkommen, aber naja. Ist denn so. So. Ich kann wieder durch den Tierpotter zurück, ja. Nicht da, Udi. Samus. Ich will hier unten rein. Nein. Okay. So. Ganz langsam. Danke. Danke. Ach, ich wollte doch unten lang. Ich habe mich verguckt gerade auf der Karte. So. So, jetzt zurück. 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 So, ich war mir schon. So, dann poppen wir uns nochmal wieder weiter. Oh, das ärgert mich, ne? Dass wir da nicht weiterkommen jetzt. Weil wir können von diesem Ort dann über... Ja, ist okay. Dann separat nach oben gehen. Dann müssen wir eigentlich in einem anderen Bereich kommen. Und dann können wir uns die ganzen Missile-Container und sowas holen. Weil ich denke, wir werden noch ein paar brauchen. Auch wenn wir mega viele schon haben. Aber mehr schadet ja nicht. Habe ich mal gehört. So. Jetzt habe ich immer wie ihr ganzer Arm. Wenn sie das Kanonen-Ding reinpassen. Kanonen-Arm. So, wo bin ich denn jetzt? Ähm. Hier möchte ich nochmal hin. Das heißt, ins Wasser. Und dann haben wir noch ein paar Einands-Wasser-Flappen. Ups. So. Vielleicht bin ich mir schon. Äh. Ja, auch durch alles. peasy peasy durchgeht. Na, komm. Ah. So, links. Danke. Ich muss irgendwie die Reihenfolge erst mal nicht hinkriegen, damit sie sich auch in die richtige Richtung dreht beim raumwuseln. So. Kann ich nochmal speichern. Möchte ich gerade gar nicht. So, das haben wir. Den haben wir schon lange. Das haben wir auch erhalten. Hier ist nichts mehr. Zündstation, die kann ich nur wieder weg. Das haben wir. Das haben wir gehabt. Ja, würde ich sagen, haben wir hier. Ah, warte mal. Komme ich hier rein? Ach ja, klar. Jetzt kommen wir hier rein. Früher ging das ja nicht, weil wir da... So, dann sind wir auch auf dem Weg nach oben. Klavorian, ja, perfekt. So, das heißt, zu mich immer oben links halten. Brauche ich nicht. Wow, macht das viel Schaden. Das ist viel Schaden. Das ist viel Schaden. Das ist viel Schaden. So, das haben wir schon. Ich kenne es hier links. Das haben wir schon, ne? Ah, ja, genau. So, ich muss aber trotzdem weiter hoch. Oh, das ist kein Scheidernens. Ich halte die fest. Danke. Ja. So, danke. So, nice. So, möchte ich jetzt hier lang. Dann blauen noch. Ich wollte... Oh, fangen wir weiter hoch. Mach's schon. Einfach sterben. Das ist so super. So, das war ein Schadenfahrer. Ähm, wo waren wir? Dann, ups. Ups, so jetzt. Oh. So, hab ich jetzt alles. Hm, da komm ich halt hoch. Ich muss hier links rein. Ach, komm. Halt mich einfach durch. Doch, war richtig, okay. Uff. So, haben wir den auch endlich. Sehr schön. So, wo kann ich jetzt noch hin? Ich wollte nach oben, genau. Passt. Passt. Ich wollte nach oben, genau. Und... Na, warte mal. Wenn wir schon hier sind, dann möchte ich einmal kurz speichern. Ich weiß mir nicht, ob wir da direkt einen haben. Falls ich durch irgendeinen Blödsinn draufgehe, möchte ich nicht den ganzen Fortschritt verletzen. Das ist mein Speichern ja auch wirklich nicht so lange dauert. Das Teleportieren ist wirklich das Schlimmste. So, wir sind wieder oben, aber diesmal auf der anderen Seite, hoffentlich. Einmal Hauchblick. So, dann können wir uns jetzt noch mal ein paar Missiles schnappen. Dann wahrscheinlich auch schon, ja, durch den Weg weitergehen. Wenn ich gar nicht hinkomme von dieser Seite aus. Wenn ich wieder mit dem ich um den Weg laufen muss. So, Gaboran. Ähm, das haben wir, genau. Ich möchte als erstes, glaube ich, da hin. Na, so. Äh, sieht schlecht aus. Okay. Ähm. Okay. Okay, das hat gar nichts. Und ich komme von hier aus da gar nicht hin. Ah. Was haben wir hier? Beamblock. Da komme ich zumindest lang. Dann komme ich da auch hoch. Rumpenblock komme ich auch durch. Perfekt. Ja, dann müssen wir halt leider nicht da lang, sondern zurück. Okay. Ah. Ah. Das war's für heute. Das war schonmal hier. Jetzt komme ich hier rechts weiter. Genau und dann da rüber. Perfekt. Ah ne, klar. Ich wollte da oben hin. Das hätten wir schon damals wahrscheinlich mit einem Bomben-Dinges machen können. Im Doppelschwung, meine ich. Misser-Container plus 10 Raketen. Sehr geil. So, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil es ja auch nicht schwer war. So, da haben wir, haben wir. Dairon könnten wir gehen. Ich möchte da oben hin. So, wieder zurück, hoch. Was zum Mordbewerfern kommen wir da hin und dann werden wir hier. Und hier können wir da einmal durch, da rüber. Okay. Okay. Wie? 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 Ein bisschen Schüssel da gefehlt. Nur um da reinzukommen. Wobei, ich kann nicht hier lang. Hier hoch gehen. Das haben wir schon. Bäch hier oben. Könnte ich mich hier links. Ich glaube, das geht schneller, als wenn ich hier unten langlaufe. Wir machen das einfach mal. Ja, Amy Schlese. Das ist egal. Das haben wir schon clear. Ah, wo wollte ich jetzt lang? Wow, was ist denn die denn? Warum ist das so komisch? Okay. So, oben wollte ich jetzt nicht fangen. Was ist denn? Okay. 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 Let's go. Nein. Ah, so wollte ich das gar nicht machen. Ich glaube es nicht Ich roll zu weit Das gibt es noch nicht Bombe Danke So schön war es jetzt auch nicht So sehr schön Haben wir den auch mal So Das heißt links sieht das ziemlich gut aus Den hatten wir Hier wollte ich nochmal hin Ah ne hier kommen wir gar nicht hin Ja glaube ich haben wir das hier auch schon mal Ja durch So ich kann davon hier Ja Und hier aus komme ich dann wieder rüber Dann würde ich auch gleich mal den hier nehmen Shuttle So ja aber wohin Na gut werden wir uns gleich angucken Genau und da durch Das heißt hier wieder Genau hier hoch links Woa das killt ihn sofort Oh krass Da brauche ich glaube ich gar nicht lang Ich zeige wenn ich hier hingehe So jetzt hier hoch Genau Genau Passt das Genau Passt das Ja Ich brauche mir einfach nur durchlaufende Die Ich glaube ja ups So rum Und da durch Und da durch Ach komm schon Ach komm schon Ich kann jetzt auch rüber Ich kann jetzt auch rüber Schade Perfekt So Dann gucken wir mal wo wir jetzt hier ankommen Und ob es uns wohlgesonnen ist Haha Wahrscheinlich nicht Ah Wir kommen jetzt zu unserem Shuttle Nice Das wird ja auch Zeit Anubia Okay Ich habe irgendwie gerade an Anamura gedacht Hm So für Overwatch So So Guck mal das ganze Mal Und dann sind wir endlich bei uns am Schiff Haha Aber nur damit Da konnte das Haha Ist das echt nach rechts weiter? Dann müsste nach links So Ne Klar Links ist ja dann Ja okay Äh Das sieht nicht so gut aus Ich muss dann wahrscheinlich mal kaputt springen Darf ich hier speichern? Achso Hier darf ich speichern Schön Daten werden nicht geladen Diese Zone Anubia Befindet sich auf der Oberfläche des Planeten Du hast es endlich geschafft Samus Es gibt aber noch ein Problem Die Zerstörung des Planeten wird die X-Parasiten vernichten Aber es ist unwahrscheinlich Dass Rätenbeak dabei tatenlos zusieht Er wird versuchen zu fliehen Sobald er die Gefahr wittert Rätenbeak suchen nach der Metroid Es ist eine große Gefahr für die Galaxie Er wird niemals aufgeben Die Chancen stehen immer noch schlecht für dich Aber du musst es hier zu Ende bringen Ich suche nach seinem Aufenthaltsort Komm später zurück Dann werde ich berichten Okay Später zurück Komm Ja So wir können trotzdem zuerst mal zu unserem Schiff Hoffe ich Und Ich glaube War das hier unten? Äh Ne Hier war das nicht Schade War das hier? Nope Hier war das nicht? Ja Hier mussten wir nochmal hin Weil hier haben wir noch das Ding Hm Erstmal bleiben wir hier Und guck mal was wir alles so machen können Kann ich das noch nicht zerstören? Powerbeam-Schleuse Kann ich nicht durch? Wundert mich jetzt, dass ich da nicht durchkomme Kann sein, dass ich das gerade äh Irgendwie nicht weiß, womit ich das kaputt machen musste Wo bin ich denn? Ah 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 Okay Noch ein Misshals Nehme ich Dann werden wir uns beim nächsten Mal durch dieses kleine Labyrinth hier Schleichen Ich weiß nicht, was das da unten für ein Raummutter ist Aber Dann muss Schuppert jetzt mal auch noch rausfinden Machen wir erstmal Schluss Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao